Was geht ab Leute und damit erstmal herzlich willkommen zu diesem heute etwas anderen Video Und zwar ist es ein ganz besonderes Video, denn ich möchte mich, ehrlich gesagt, wir möchten uns für 8000 Abonnenten bedanken, die haben wir gestern erreicht Und das ist so heftig, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich dafür bedanken soll Wirklich einfach nur Dankeschön Leute, ihr seid der absolute Hammer, wir sind so, ja, wir sind so happy, wir können überhaupt noch nicht klar denken Das ist wirklich richtig heftig und wirklich Dankeschön von ganzem Herzen Und jetzt haben wir uns natürlich wieder Gedanken gemacht, was sollen wir da machen, wie sollen wir uns bedanken Was machen wir da, viele haben auch vorher schon geschrieben Macht bitte wieder eine Montage, bitte wieder eine Community-Montage Und da mussten wir eigentlich gar nicht groß überlegen, natürlich machen wir das, wir haben da Bock drauf Und ich freue mich jetzt schon wieder drauf, was ihr da so einsendet Und für alle, die neu dabei sind, die noch nicht wissen, dass wir das schon öfter gemacht haben, wie man Tore einschickt und so Werde ich das jetzt noch eben erklären Auf jeden Fall nochmal Dankeschön für 8000 Abonnenten Und ich freue mich wirklich auf den weiteren Weg, es ist immer geil zu sehen, was wir für eine geile Community haben Ihr seid wirklich die Besten Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal dazu Zu der Montage, die machen wir Und zwar könnt ihr, weil es ja eine Community-Montage ist, natürlich eure Tore einschicken Und das geht ganz einfach Und zwar könnt ihr das easy auf YouTube hochladen Bitte wirklich nur das Tor Kein ganzes Spiel, whatever Wirklich nur das Tor Und das könnt ihr dann ganz einfach, wenn ihr das hochgeladen habt, unter diesem Video verlinken Und dann werde ich, wenn ich die Montage mache, das Ganze einfach downloaden Und wenn es gut ist, was heißt von guter Qualität Schönes Tor und so weiter Natürlich das dann mit da reinschneiden Wenn jetzt jemand nichts auf YouTube hochladen kann Kann er uns das auch gerne per Mail schicken Die Mail steht in unserer Kanal-Info Und das kommt natürlich auch bei uns an Also was bedeutet, ihr könnt es auf YouTube hochladen Wenn ihr das nicht könnt, könnt ihr uns das ganz easy per Mail schicken Und ich sag mal, bis jetzt hat es immer sehr gut geklappt Da kam einiges heraus Ein paar schöne Tore Und es würde mich natürlich auch dieses Mal wieder freuen Wenn uns da Leute unterstützen wollen Und ich freue mich wirklich über jeden, der da mitmacht Der sein Tor einsendet Zeit habt ihr bis zum Wochenende Dann will ich mich dran setzen Und wie gesagt, bin schon sehr gespannt Also wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, wie ihr das einsenden könnt Was auch immer YouTube oder per Mail Sind die einfachsten Wege Und ich würde auf jeden Fall sagen Dass ich mich schon mal auf eure Tore freue Dann würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten Video Danke nochmal für den fetten Support Haut rein, bis zum nächsten Mal Und ciao